hier was war gestern los hier bei dem Promi Big Brother Zeug da du hier ich hab ja nur noch Titte gesehen hier das war die reinste Titteshow hier du hier scheiß Flieche hier du überall Flieche hab ich hier du ach das war die reinste Titteshow hier die Anna zeig die Dinge ich hab da so viel Plastik drin die Anna zeig da die Dinge ich hab da kein Plastik drin und da hier die Anna da der hat ganz blöd geguckt die wollte nur die Champagner schlucken die hätte mal ein paar Flieche gebracht hier wie ich du ich hab die ganze Put hier voller Flieche dünnschiss krieg ich glaube ich hier du was geht denn hier ab du also ich guck das dann später wieder wieder du guck das auch gell und bis dann gell macht's gut schön